Wenn Werner Kalle baut, eine Bierflasche öffnet, dann stehen daneben meistens keine Chips, Nüsse oder Käse. Stattdessen setzt er auf Pralinen. Der Chocolatier und Biersommelier kombiniert seit 2016 Bier und Schokolade. Damals war die Kombination noch sehr gewagt. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist Bier und Schokolade. Vielleicht, was man gehabt hat, ist Nüsse oder Schokolade. Glaubt man dann, dunkle Schokolade mit rotem Wein? Vielleicht. Oder mit Champagne oder mit Rüm. Aber nicht mit Bier. Und wenn Sie Bier und Schokolade, glauben Sie, ein dunkles Bier mit einem dunklen Schokolade. Aber ich habe dann versucht, das war ein großer Succes. Bier Roulade war geboren. Werner Kalle baut, ist Flamme, lebt aber in Nodive in der Wallonie, direkt an der flämischen Grenze. Wer möchte, kann ihn für Verköstigungen, Workshops oder Bierwanderungen buchen. Auch in Ostbelgien ist er gerne unterwegs. Dabei gibt er dann sein Wissen über die beiden Produkte weiter. Zum Beispiel ein Weisschokolade. Geht es mit einem hellen Bier? Das ist nicht nur dunkles Bier und dunkle Schokolade. Die dunkle Schokolade, dunkles Bier, wie viele Leute noch sagen, vielleicht geht das noch. Aber nicht mit anderen. Und ich glaube, die größte Überraschungen sind natürlich mit blondes Bier oder mit helles Bier oder Pflügtbier. Aber genug Theorie. Jetzt wird probiert. Und zwar mit seinem eigenen Bier, das Ambras heißt. Wie funktioniert das? So, ich werde Sie das Bier geben, bitte. Und ich werde hier, so, Prost. 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 So, erst das Bier. Erst das Bier. Und man raucht nicht so viel, aber erst ein bisschen rauchen. Und sie sind frisch, sehr angenehm. Erst das Bier. Nehmen Sie eine Praline, die halbe. Und wenn Sie das Bier, schmecken Sie uns ein bisschen Limone, das Bier zusammen. Erst das Bier, dann die Praline und dann die beiden zusammen. Das passt wirklich. Das ist schon, was ich immer höre. Sie glauben, blondes Bier und Freischokolade. In unserer hier, zwischen die beiden, gibt es eine Idee, das werden nie gehen. Aber es passt. Und das stellen die meisten Menschen fest, mit denen Kalle Baut unterwegs ist. Ja, Belgien ist das Beste, sage ich immer. Nochmal zurück zu dem Bier, das wir zusammen probiert haben. Hinter Ambras steckt eine Geschichte. Das Bier ist nämlich in der Corona-Zeit entstanden und sollte einen Nachbarn wieder aufheitern. Ambras, flamisch, nicht niederländisch, bedeutet, suchen Sie, wie man sagt, Streit. Streit, suchen Sie Streit. Und meine französische Nachbarn, ambras, 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 ich werde ambras, umarmen. So, das ist das, die Flamen und die Valentin, so, das ist nicht so, dass sie sich nicht lieben, aber wir nicht verstehen, wenn einer auf flamisch sagt, suchen Sie Streit. Und der andere sagt, ja, ich will Sie umarmen. Ein Bier, das Flamen und Wallonen also zusammenbringen soll, perfekt für den Nationalfeiertag.